wir sind in rast das ist musste aufpassen hallo jannik in der letzten halben stunde da musste aufpassen die karte ist ziemlich klein also wer hier eigentlich ja wer hier eigentlich am besten schrot ja theoretisch aber ich geh jetzt lauf jetzt erst mal hier drauf ich hab ihn erst im keller gebracht aber dann wurde ich gekillt ja rutschen wir noch in den tod ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht eiermacken Ich halte mich immer an dem Rand der Karte auf. Oh ey, Mann. Was? Gibt's nicht. Ich starte gleich da in nem Kreis voller Gegner. Ah, da oben ist einer. Einer steht oben drauf. Einfach mal eine Granate in Mängel werfen. Dankeschön. Richtig klein in die Karte. Die Karte wird gesichert. Mamo? Ja? Ich bin jetzt erstmal GTA jetzt, ne? Alles klar. Wau rein. Ciao. Hallo? Hallo? Weg. Weg. Das war ein tochter Ausdruck von Karl Nickel, meine Freunde. Sch**e, ey. Ich hab's nicht mehr gefügt. Alter, ich hasse diese Scheiße. Reicht mit mir. Meine Kinder, Alter. Da, ich komm. Was? Alta, ich hab's mit Bruch rauchlein. Ach so, Mann, Alter. Arschloch. Bravo wird gesichert. Wir sind bei Alpha. Gebt Unterstützung. Feindliche Drohne über uns. Alter, die nützen auch nichts, Alter. Charlie wird gesichert. Man, weil ich genau unter ihm stehe, Alter. Kann er einfach weiterballern, Alter. Ja, danke. Affen. Oh, ey. Ich brauche das, Alter. Ich brauche meine Kiste. Bravo wird gesichert. Feindlicher VTOL im Einsatzkrieg. Da fetzt euch die Gesichter, ihr Pappenheimer. Danke. Affenkötter. Es ist nicht zu glauben. Oh, ich bin so blöd, Alter. Einfach zu schießen. Juni, ich schließe da hoch, Alter. Irgendwo. Irgendwo. Ich versuche mein Glück. Ich versuche mein Glück. Ah! Und der Schwanz. Ich bin oben. Yo, fass auf, da oben ist einer. Ah, scheiße, Mann. Ich hab ihn doch geschossen, Alter. Hey, bitte. Ja, ich hab ihn auch nur gekriegt. Oh. Jetzt muss er da erst mal wieder hochkommen, ja, Alter. Ah, von hinten. Ich raste aus, ey. Du kommst hier ins Spiel und... ...dehs gleich, oder? Ey, der schmeißt aus... Oh, shit. Oh, ho, 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 ho. Lass mich in Ruhe, Pferdachs. Ja, geschafft. Mann, der braucht so lange zum Nachladen, Alter. So ne Munde. Psch, bitte, Alter. Nein. Der da oben wohnt, hat mich. Töt' ihn. Also, drei Leute, Alter. So, 100. Nimm das und das. Und dann. Scheiße. 218, ey. Was, 13 hab ich trotzdem getötet, Alter. Prost ist sie. Hm. Mann, Action pur. Scheiße, mir gleich ins Hemd. Pissken. Das ist echt ein Scheiß-Level, ja. Ich hatte noch ein schlimmeres. Also, ich finde das Schlimmste, äh, das, wo nur Container stehen, weißt du? Ja, das, genau. Da hab ich aber auch 24 Kills gemacht. Ach. Ja, ist ja noch kleiner als die Karte. Die ist schon schlimm. So, was war das hier? Aber hier rein. Aufsätze, Visier. Eigentlich hier Truppen ansehen. Zu spät. Na, schon wieder, das. Mal gucken, ob ich zu meinem Lieblingsplatz komme. Jo. Dem Grauen Haus, da wo der Schornstein ist. Hm. Oh, ich geh erst mal links. Das ist doch das Level aus der Beet, aber? Ja. Ich bin hinter dich. Laden und sind sicher. Kontakt! Freit am Ball. Oh, scheiße! Wo stehst du hin? Alter, gleich kränzend. Ja, äh, äh. Ich auch, die lebt zurück. Ich auch. Ja, komm, die kommen alle von der Seite. Ja. Ja. Sei froh, dass die Karte das fand. Mama. Auch mal alle gestürzt. Noch mal. Feind an den Loren. Feind an der Lore. Ja, komm raus. Mann, ey. Das ist so billig. Feind am Wald. Vielleicht ein Feind, der hinter ihm steht. Alter, er kommt angesleidet und kippt mich, ey. Das lockt die Leute, die nichts zu tun. Der Clusterschlag im Anflug. Entdeckung. Feind bei den Tuten. Ah, rein und rein. Na ja, ist gut. Aber von diesem. Feindliches Geschütz aktiv. Das wird doch wieder nichts. Alter, was hat der für eine Munition, Alter. Ich schieße ihn auf den Kopf. Er liebt mir eine Beine. Arschloch. Trotzdem einen mit der Granate getötet. Alter, was ist das für ein Freak, Mann? Der kommt die ganze Zeit angesleidet und tötet mich mit seinem Messer, ey. Und das ist heute Morgen. Vielleicht kriege ich ihn ja noch zu sehen. Na, danke. Du willst mir Rückendeckung gegen? Oh, da lache ich doch. Das wird das schlechteste Spiel überhaupt. Ja, ich habe den jetzt gesehen. Den kann ich hier schon mal versprechen. Hast du gesehen? Da wollte ich mich schon wieder aufziehen. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein Spezial-Munition. Verbündeter Präzisions-Luftschlag. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemand. Alter, da wollte ich mich zuschleichen. Wollte auch mal ein Messer an. Da schießt mich einer irgendwie voll den Arsch, Alter. Feind am Wald. Scheiß Missgeburt, ey. Was war das schon wieder mit dem Messer? Darfst du dir ja nicht? Nee. Weiß ja nicht, wie er heißt. Aber er mich. Oh, ich gucke da nicht. Das wird mir immer peinlicher. Feindlicher Präzisions-Luftschlag, in Deckung. Nicht verarschen. Er hat bestimmt schon mehr Kills als jeder andere hier auf dem Film. Ich glaube, der mit dem höchsten hat jetzt 6. Ich glaube, das ist der mit Messer. Aber nee, der mit dem meisten fehlt sich bei uns. Na? Schon kriegt da einen Preis, weil er nur dich gewinnt hat. Ja, ich gucke dich jetzt nicht. Fände ich mich schütteln, weil ich ein bisschen aufs Dach, Alter. Wir gehen in Führung, Alter. Ja. Ich denke ich glaube. Hey, ich bin an dem Frag-Container. Wo sind die auf? Ich glaube, die meint die, die da am Wald stehen. Oh Gott. Hey. Ich stehe 20 Meter von der Tür. Der Trotz gibt es. Abschneiden. Feind an den Gleisen. Aber anders. Wo stehst du hin? Verbündeter! Du hast die Führung verloren, Soldat. Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Intercom. Ah, fuck it. 95, 95. Was ist denn los? Scheiße. Ein Braucher, ey. Dann, ja, Sieg. Danke. Das ist ja ein guter Abschluss, wa? Holen wir uns noch einen. Hm. Für dich vielleicht. Ich wollte mich nicht gebeten, aber. Als wäre ich denn mitgespielt, aber. Wenn auch der Messerstecher hinter dir her ist. Nee. Glaubst du nicht, das warst du, der der 22 Gehzer? Der Ido 31. Hm. So, Janik. War mir eine Ehre? Jo. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020